Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, in eine andere Stadt zu ziehen? Für Ihre Bankgeschäfte macht ein Ortswechsel keinen Unterschied. Denn wo immer es Sie hinzieht, wir, die Volksbanken Raiffeisenbanken, sind mit rund 13.200 Filialen in ganz Deutschland immer in Ihrer Nähe. Natürlich ist so ein Umzug mit Sack und Pack keine Kleinigkeit. Planen, organisieren, einpacken, es gibt eine Menge zu tun. Die Zeit ist knapp und deshalb wird tatkräftige Unterstützung gebraucht. Umzugsprofis sind top vorbereitet und bestens organisiert. Deshalb können Sie Ihnen auch vertrauen. So wie Sie uns, den Volksbanken Raiffeisenbanken, vertrauen können, wenn es um Ihren finanziellen Umzug geht. Mit dem VR-Umzugservice unterstützen wir Sie beim Umzug Ihrer Daueraufträge und der Information Ihrer weiteren Zahlungspartner im Lastschriftumfeld. Gern geben wir der Volksbank Raiffeisenbank an Ihren neuen Wohnort einen Hinweis, dass Sie umziehen und Interesse haben, dort Kunde zu werden. Die Kollegen vor Ort leiten dann alles in die Wege. Ganz gleich, ob Sie bereits vorher Kunde einer Genossenschaftsbank gewesen sind oder nicht. Und während Sie es sich in Ihrem neuen Zuhause gemütlich machen, haben wir bereits dafür gesorgt, dass Ihr altes Konto geschlossen und Ihre neue Bankverbindung eingerichtet ist. Inklusive aller Formalitäten und natürlich ohne dafür Vorschusszinsen oder Gebühren zu erheben. Das ist es, was wir unter genossenschaftlicher Nähe verstehen. Steht ein Tapetenwechsel an, profitieren Sie jetzt von unserem VR-Umzugservice. Informieren Sie sich in einer Filiale in Ihrer Nähe.